Und damit Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation, ich bin's Debi, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr einschaltet zu unserer ersten ÖPNV Simulator News. Schön, dass ihr da seid, heute am 7.6.2019, insgesamt vor 10 Stunden ist ein weiteres Update für den Lotus Simulator erschienen und das wollen wir uns heute mal ganz kurz anschauen und zwar ist es die Version 1EA 037 und das hat folgende kleine Futures, deutlich kleiner als das letzte Update 036. Wir haben im Content-Tool ab sofort wieder neue Sachen der Beleuchtung wieder mit enthalten, Anzeige der aktuellen Zeilen- und Zusatzdrinks, Eingabefelder der speziellen FIS-Tools, Probleme beim Löschen von Routen beseitigt. Wer sich an das Video von uns erinnern kann, wo ich jetzt die Routen erstellt habe, um euch da so ein bisschen mal so einen kleinen Einblick zu geben, konnten wir die Routen nicht löschen. Das wurde jetzt mit dem Update schon beseitigt, also relativ fix hinterher. In den FIS-Tools wird in den Listen und der Filterfunktion für Heightower nicht mehr die ID, sondern der O-String angezeigt, im Zweifelsfall besser lesbar. Und auch neuer Content wieder mit dazu. Im A-Wang sind testweise gebackenes Schatten für die Innenbeleuchtung eingebaut worden, Alpha- und Normal-Maps für die Außentexturen des ganzen Zuges sind fertiggestellt, nach Beleuchtungsfehler im Fahrerraum behoben und, ja, Sollwertgeber-Game-Controller-Unterstützung wurde repariert. Ja, das ist das neue Update, also 1EA 037. Sind kleinere Bugfixes, würde ich eher sagen. Schauen wir mal, was so die nächsten Updates mit sich bringen. Das zweite ist von unserem lieben Joe. Der bastelt natürlich an Straßenbahn-Forsthausen. Ihr wisst, ich habe Straßenbahn-Forsthausen abgegeben und, ja, nun ist es soweit. Straßenbahn-Forsthausen wird umbenannt. Und zwar in etwa irgendwie was mit Straßenbahn-Köpenick, sowas in der Richtung. Und er hat auch schon bekannt gegeben, dass er das Ganze natürlich weiterbaut. Also S-Bahnhof Köpenick ist nicht Endhaltestelle, sondern aktueller Plan liegt jetzt hier erstmal, dass er das Ganze jetzt hier in Richtung Betriebshof Köpenick weiterbaut und, ja, dementsprechend halt die komplette Altstadt von Köpenick. Und zu guter Letzt haben wir hier noch ein kleines, wunderschönes Projekt hier von BLV 1986. Und zwar baut er hier als Testweise mal so eine andere Strecke, mal nicht-deutsche Strecke, ja, sowas in der Richtung so Mallorca, sowas mit Palme oder könnte auch San Francisco sein oder irgendwie sowas. Ja, finde ich ganz geil. Soll er auf jeden Fall mal weitermachen. Die ersten Bilder auf jeden Fall, die ihr hier seht, sehen schon mal sehr großartig aus. Also auf jeden Fall bin ich da mal gespannt, ob er da uns da weiter auf dem Laufenden hält. Und ja, jetzt zu guter Letzt haben wir noch ein kleines OMSI-Projekt. Und zwar ist nämlich eine neue Karte erschienen, jetzt am Anfang des Junis. Dresden, real fiktiv. Die Linie 61 hier im Trailer aktuell ist jetzt in der Version 0.9 aktuell erhältlich. Könnt ihr runterladen. Ersten Stimmen auf jeden Fall sind schon sehr positiv. Ich habe mir da schon ein bisschen was angeschaut. Soll halt sehr gut aussehen. Wir werden das Ganze natürlich hier in den Let's Plays uns definitiv mal anschauen. Und das Ganze wurde gebaut von Honigwaffel. Also die Seite ist ein bisschen eher utopisch. Deswegen schreibe ich euch das Ganze hier natürlich in der Videobeschreibung halt mit rein. Und das soll schon gewesen sein, übrigens. Das war unsere erste ÖPNV-Simulator-News. Ich werde gucken, dass wir jetzt immer Ende der Woche, nicht Ende des Monats, Ende der Woche immer eine ÖPNV-Simulator-News bringen, damit ihr auf den aktuellen Stand seid, was so los ist in Lotus, in OMSI, in was weiß ich. Alles, was so uns hier auf dem Kanal so begeistert. Wenn euch das ganze Format gefällt, könnt ihr dem Projekt ja gerne ein Like da lassen. Freue ich mich drüber. Und sonst sehen wir uns hier hoffentlich zu einem Let's Play oder zu den nächsten ÖPNV-Simulator-News wieder. Ich verabschiede mich, sage danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und natürlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!